ohne hoffnung dass hier paar snacks drin sind hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück mit mir und die aufgabe schnauze das letzte mal schon hier ich weiß gar nicht aufgabe heute ist es diese kiste zu erstellen alles da vielen dank fürs zusehen nein aufgabe heute ist endlich dieses scheiß katana zu finden aggression geladen wir müssen ja wieder irgendeinen mutant töten habe ich so das gefühl weil ja der haust ja dann molly molly kann ich mir auch gut vorstellen also ja wir müssen die hand und sind es an ja brennen so das ist ja alles wieder zu bei irgendwas im mund das war es niemand weiß ich brauche hier stärkere achs brauche ich geist es war aber anstand jetzt muss reichen halt weg to the stock anzünden ganz so dunkel das wäre auch nicht geil könnte man zwar machen aber hat mehr nix von da sieht man ja die boxen net jetzt wieder neu hallo da wird es machen wir was was liebt er kann man nicht lesen in der gedäme raus ja eventuell hängen da gedäme raus ok kann man jetzt kann man jetzt drüber streiten ok ja das ist natürlich kontraproduktiv jetzt ist mir dadurch die dieses gewässer geschwommen sind das kann ob mir richtig sind letztes mal habe ich eine map benutzt muss ich einfach mal dazu sagen und ja die hat uns nämlich gut geholfen ist wirklich also gut ab dafür jetzt habe ich einfach nicht benutzt weil ich dachte das kannst du dir bestimmt merken kurt wenn wir da sehen nix in dieser welt nix ich hätte es mit dieser brille gezockt wäre ich auch half live spiel da sehe ich schwarz ich höre ich sehe nicht das ist immer schlecht wenn ich höre aber ich sehe nicht du arschloch du brennst du arschloch da da ohne da ist ja noch einer da ist ja noch einer bitches 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 geht mal weg ja hört mal auf euch hier zu helfen das will nämlich auch keiner da ist ja noch so eine wie viele sind das ich sehe nix würdest du bitte sterben sterben ausdauer kurz regenerieren kurz chillen wir sind mal kurz chillen so jetzt können wir wieder reingehen hallo gasen ach ja der konnte einfach hoch rennen auch so auch hier ist einer jetzt einer nicht geschafft auf komm her und verschieße ich dich mit meinem bogen jetzt kippt doch mal um man hier noch einer ja haben wir es jetzt sind jetzt alle tot da habe ich meinen stock fallen lassen hoch hat wird er noch er lebt er noch ich höre nichts mehr ja wir haben unser trinken wir mal einen ja mit drinke mal einen kommt nur irgendwas zu schlagulieren da nicht wirklich egal ein snack geht l l l l hallo tasten mit tasten habe ich es noch nicht so minieren ausrüsten l wo ist denn dieser dreckszombie zombie mutant was denn das feuer ist irgendwie kontraproduktiv habe ich so das gefühl handert weil ich sehe damit irgendwie nicht mehr belastet mich irgendwie ver wo bist du wo und er hoffen dass hier ein paar äh snacks drin sind schau ah nein 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 mach mal nicht mach mal nicht geh weg lass mich raus ah fotze stänge einfach mal mit dem bogen drauf schießen gibt das sowas wie feuerfeile eigentlich hier ist relativ hell sogar schau mal da achst 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 oh wie ist es eigentlich erst mal anzünden komm renn 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 roll der nich versuch Nummer 2 mit der axt ich will dass du brennst dicke kribbeldu ja ja brenn ja Ah, gib mir deine Haut. Ich weiß keiner, ob das der Ort ist, wo ich hin will. Schattenhaut. Ausrüstung. Jetzt haben wir schon zwei. So, Köpfischen. Ich muss sagen, das haben wir ganz gut gelöst. Haben wir nur. Okay, kann man nicht kaputt machen, alles klar. Alles klar, kein Problem. Boah, Gott, du bist. Pfeile. Sechs. Ah, okay. Ich denke, sechs Pfeile ist in Ordnung. Ja, wie gesagt, das Feuer ist irgendwie Contra, weil das blendet mehr als es dir hilft. So. Wo war die Ecke, wo die Koffer waren? Hier. Doch von. Halt auf in den Drecksball. Snacks. Ja. Isolierband. Wofür auch immer Isolierband brauchen. Könnten Steine. So, wow. Gut, das war sehr intelligent. Gezen. Auf jetzt, Brudi. Ja, hier ist das Katana ja gar nicht. Hier war nur der Tod. Aber wir haben den Tod besiegt. Dieses Mal. Ja, wir haben volles Leben sogar. Volle Ausdauer haben wir. Dann gehen wir einfach mal hier hoch. Würde ich sagen. Sieht das lieber aus hier. Warum muss man ja eigentlich jedes Mal hier die Zähne neu dran ballern? Was war, was war es noch? Arz. Arz. Klack, 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 klack. Macht's mir Schaden, weißt du? Ja, ja, da. Ja, ja. Ja, ja, das muss reichen. Da leuchtet was. Gehen wir da runter? Ich würde sagen, nein. Oh, schöne Sandalen. Nimm doch die Sandalen mit. Zeit. Zehn Minuten, alles klar. Easy. Hörwäsche. Hörwäsche mit. Klamotte. Was ist das für Klamotte? Weiß mir nicht. Das finde ich ein bisschen doof, dass man das nicht sieht. Gehen wir mal die Fackel in die Hand. Äh. Jetzt haben wir hier eine ganze Gruppe von diesen Leuten platt gemacht. Inklusive Mutant. Wohlgemerkt. Aber irgendwie hat es mir nicht den Erfolg gebracht, den ihr nicht wollt. Oh. Hink mal Walz fest. Such doch den geilen Shit. Du hast Hunger. Finde etwas zu essen. Hab ich. Hauptsache mal den Tugeregel reingezwingt. Getroppt's. Getroppt's sehr viel. Ich bin jetzt furchtbar hier den Weg runter zu gehen. Nix. Hört nix. Man sieht nix. Man riecht nix. Anfassen würde ich hier auch nix. Wir laufen also im Slalom hin und her. Hier waren wir doch schon. Ich bin jetzt so gelaufen. Kann ja nicht. Oder? So. Okay. Lol, 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 lol. Da. Da, 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 da. Da is it. Katana, wir haben es geschafft. Nice. Katana, is da. Was sind hier? Alle Armbanduhren und Essen. Essen wir einfach. Egal, wie lange schon da liegt. Wird einfach gegessen. Bengalos. Und Manni. Auf und Weise Manni. Warten wir sich, wer das sortiert hat, gell? Na? Äh, eben. Du kannst nicht mehr tragen. Alkohol. Nein! Diese Welt ist so furchtbar sinnlos ohne Alkohol hier. Ja, stell doch gerade fest, dass das hier aus ist. Ja, aber wollen wir mal was feuern. Nice. Klar können wir hier, äh, links rein. Guck mal da. Treibstoffkanister. Ja. Also ist der Stock jetzt hier abgebrannt. Feuch. Gebt ihr was? Wo? Hallo. Hallo. Geht's hier weiter irgendwo? Ja, doch. So, hier geht's weiter. Mysteriös. Sieht das überhaupt aus? M. Headcave. Das da war man. Oder so. Jetzt sind wir da. Hm? Jetzt denkt ihr, der Kurt, der kann Karten lesen, aber nein. Kann er nicht. Er ist dumm. Medizin können wir auch nicht mehr tragen. Und können wir nicht mehr tragen. Stoff geht immer. Was ist denn das hier? Achso. Wow. Wow. So, dann gehen wir da einfach zurück, oder? Beziehungsweise, was heißt zurück, wir gehen hier den Weg weiter. Wieso noch ein Weg? Mit dem Katana fühle ich mich relativ sicher. Taden ist so halb voll. Windigkeit halb voll. Ist halt schneller. Schneller als die Axt. Hier geht's gar nicht weiter. Nö, hier geht's gar nicht weiter. Müssen wir ja zurückgehen. Dann müssen wir ja zurückgehen. Dann machen wir das doch. Kelle, man juckt's doch schon wieder, du. Da juckt's. Der Timer will auch, dass es zurückgeht, habe ich so das Gefühl. Einmal. Man könnte jetzt den Weg darunter gehen, den wir da gefunden haben. Mit dem Seil. Aber möchte Kurt das? Weiß ich nicht. Fragen wir ihn doch. Kurt, möchtest du darunter gehen? Nein. Okay. Vielleicht das nächste Mal. Ja. Ich würde sagen, wir haben uns das Ding ordentlich verdient, ne? Ich denke. Ich würde eigentlich liebend gerne den Ausgang finden. Langsam. Ganz langsam. Und soweit ich weiß, spawnen die Höhlenviecher auch nicht nach. Meines Wissens nach. Ich glaube, das stimmt. Sei mal dahingestellt. Man sieht halt gar nichts. Echt? Null. Null. Ich seh die Fackel. Das war's. Ich weiß nicht, ob ihr mehr seht. Doch. Vielleicht machen wir sie einfach aus. Ach, denk. Nehmen wir das kleine Feuerzeug. Ja, mit dem Feuerzeug geht das schon ein bisschen mehr. Hab ich so das Gefühl. Warum habe ich am Anfang so Schiss gehabt? Ja, ich habe vorhin wieder geschrien. Ich weiß. Ich hatte einfach Bock. Warum habe ich jetzt Bock auf den Ausgang? Richtig. Ja, ich habe eben zugeschlagen. Geld. Und die war mal vorhin. So, da. Ey. Ja, danke. Ausgang. Okay. Sieht ja fast vertraut aus. Wird's helle, oder wird's dunkel? Weiß man nicht. Ich habe noch eine Uhr gesammelt, oder? War das nicht so? Hm. Egal. Speichern. Gleich ist das so. Okay, Leute. Drücken wir mal aufs Cape, und hätte noch irgendwas passiert? Vielen Dank, dass ihr den Zug gesehen habt. Tull, 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 tull. Spuck, du. Jeck mich doch am Arsch. Und, wir haben unser Ziel erreicht, wir haben das Katana gefunden, aber wir haben es noch nicht getestet. Kommt das nächste Mal, hoffe ich. Wünsche ich mir. Wenn euch das Video gefallen hat, Like und Abo da lassen, wisst ihr ja Bescheid. Bis morgen, bis zu The Forest, und macht's gut, EURoo EURoo EUR pero EURoo EURoo Vielen Dank.